In der zweiten Hälfte, einer unserer super coolen Breaker, derjenige, der glaube ich die meisten coolen Moves beherrscht, ist heute da und bitte Tür auf, da ist er, Hanno Kropfitsch. Ein bisschen bescheiden, der junge Mann, aber ich sage, Hanno, ich habe auch noch einen kleinen Vorgeschmack, gehst du es an deinem Hornstand dahin und wieder retour. Also er ist einer der einzige Detektiv, der so um den Hornstand ging, also er spaziert da locker, dann dreht da oben. Und da gehen wir wieder zurück. So, unser Hanno. So, jetzt sind wieder alle munter und was er sonst noch drauf hat, das seht ihr jetzt, weil es ist unglaublich, was er sagt. Viel Spaß mit dem Hanno und Powerbreaker. So, let's roll. So, we august haben. So, wir kommen. 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 Oh 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 Wo sind meine Mini-Boyser-Snitch Hand hoch, habt ihr aufgepasst Jungs? Also, fleißig Hallo, habt ihr da? Hallo, hallo, hallo Hallo Ja, das ist doch gut Wahrscheinlich hört sich das ein oder so So, also meine Mini-Boyser Sehen muss, dass man da alles können kann Aber bitte fleißig üben, ihr seid am besten Weg Ja, und wenn ihr weiter fleißig übt Geht ihr vielleicht auch noch alles, was der Hanno kommt Der Hanno wird jetzt einmal gehört mit dem Europameister 2024 Danke Applaus 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 Applaus